Ich heiße Alexandro Sirbu, ich bin 26 Jahre alt. Momentan bin ich im dritten Lehrgang als Burschrauffahrer bei pvb.net in Berlin. Mein Job macht sehr viel Spaß als Burschrauffahrer. Ich bin sehr damit sehr zufrieden. Ich fahre gerne. Ich finde den Umgang mit Menschen sehr interessant und sehr produktiv für mich selber, weil ich kenne viele Leute. In unserer Firma gibt es die Möglichkeit, dass wir entweder Reisebusse, Linienbusse oder Sightseeing fahren können. Ich persönlich fahre lieber Reisebusse, weil es mehr Spaß macht. Die Leute sind immer glücklich drauf. Und wie gesagt, wir am Ende bekommen immer ein grosses Lob und ein schönes Lesson von den Fahrgätern. Ich empfehle allen Leuten Busfahrer wählen, weil es ein sehr interessanter Job ist. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Und der Umgang mit Menschen ist sehr produktiv und sehr interessant. Ich habe sehr viele Freunde hier gemacht, die sehr geduldig zu mir waren, weil meine Deutschsprache ist nicht so gut. Und die waren mir sehr geduldig, haben mir sehr viel geholfen. Und wenn ich jetzt etwas falsch sage, dann helfen mir, wenn ich zum Beispiel einen Routenplan vorher verbreiten muss. Die helfen mir immer. Auch die alten Leute sind sehr geduldig zu uns, zu Azubi. Und das macht dann Arbeit leichter. Ich komme nur acht Uhr an bei der Arbeit. Dann suche ich mir, welchen Bus ich habe für meine Arbeit, für den Tag. Dann gehe ich zu dem Bus. Ich stecke meine Fahrerkarte ein. Führe ich eine Abfahrtskontrolle durch. Das heißt, ich muss den Motorarm kontrollieren, wegen der Dichtheit. Ich muss das Licht kontrollieren, um das richtig funktioniert. Ich muss den Bus sauber kontrollieren, ich muss auch wegen einer Beschädigung an dem Bus, ich muss die Reifen kontrollieren. Dann tippe ich die Adresse im Navi an und dann fahre ich los.